Willkommen in der Welt der Trading-Psychologie. Dies ist der ultimative Mindset-Kanal für Trader. In jedem Video tauchen wir in die mentale Welt des Tradings ein und ich zeige dir, wie du deine Emotionen, Disziplin und Entscheidungsfindung an der Börse positiv beeinflussen kannst. Bereits, dein Trading auf das nächste Level zu heben? Dann lass uns gemeinsam die Macht des Mindsets erkunden und lernen, wie du die psychologischen Herausforderungen des Tradings erfolgreich meisterst. Den ersten Step kannst du mit der kostenfreien Trading-Mindset-Challenge auf meiner Website mindset-trader.de machen. Mein Name ist Marta Radovcic und in diesem Video geht es um ein Thema, das von meinen Teilnehmern im Coaching sehr, sehr oft angesprochen wird, nämlich um Overtrading. Ich erkläre dir, was Overtrading ist und gebe dir klare Strategien mit an die Hand, wie du Overtrading vermeiden und vor allem auflösen kannst. Lass uns keine Zeit verlieren, abonniere den Kanal und ab geht's ins neue Video. Ich habe, wie gesagt, oft Leute bei mir im Coaching, die mir von Problemen mit Overtrading berichten. Zu Beginn einer Trading-Periode oder auch Challenge sieht alles noch ganz gut aus, aber mit zunehmender Dauer schleichen sich dann immer mehr Fehler ein. Zunächst gemachte Gewinne werden dann sehr, sehr schnell wieder abgegeben und sie rutschen manchmal sogar direkt in den Drawdown. Die dadurch entstehenden Emotionen machen die ganze Sache noch schlimmer und der Teufelskreis ist perfekt. Dieses Phänomen, das gucken wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Wir beginnen dazu mit einigen grundlegenden Fragen. Erstmal, was ist Overtrading überhaupt? Im Kern bedeutet Overtrading, dass du als Trader mehr handelst, als es deine Strategie vorsieht. Das kann in Form von zu vielen Trades in einem zu kurzen Zeitraum, zu großen Positionen im Verhältnis zum Gesamtkapital oder durch das Eingehen von Trades außerhalb deiner Handelsstrategie geschehen. Es ist ein Verhalten, das oft durch emotionale Entscheidungen angetrieben wird, anstatt durch fundierte strategische Überlegungen. Dann stellt sich die Frage, warum ist Overtrading ein Problem? Naja, Overtrading kann deinen Handelserfolg tatsächlich ernsthaft gefährden. Es kann zu unkontrollierten Verlusten führen, da die Risiken nicht mehr angemessen gemanagt werden. Zudem ist ein Grundbaustein des Overtradings, dass du als Trader deine Handelsstrategie nicht konsequent verfolgst. Das hat nicht nur einen Einfluss auf dein Handelskonto, sondern tatsächlich auch psychische Folgen. Du nimmst dir nämlich die Möglichkeit, aus deinen Erfahrungen zu lernen und dich als Trader effektiv weiterzuentwickeln, weil deine Handlungen schlichtweg nicht systematisierbar sind. Das ist echt fatal. Die typischen Anzeichen von Overtrading sind sehr, sehr vielfältig. Sie umfassen unter anderem ein ständiges Beobachten des Marktes und das Gefühl, ständig handeln zu müssen. Viele Trader, die Overtrading betreiben, finden es schwer, eine Handelspause einzulegen, selbst wenn die Marktbedingungen nicht so ideal sind. Weitere Anzeichen sind das Ignorieren von Stop-Loss-Orders, das Erhöhen des Handelsvolumens, um vorherige Verluste auszugleichen und das Handeln basierend auf Emotionen wie Angst, zum Beispiel die Angst, etwas zu verpassen oder auch Gier. Das Fiese ist, du machst sowas ja nicht mit Absicht, sondern unterbewusst. Und dadurch ist es extrem schwer, diese eigenen negativen Handlungen bei sich selbst zu bemerken. Zudem sind die ständigen, schwer erklärbaren negativen Erfahrungen ein ganz klarer Angriff auf dein Selbstbewusstsein. Was sagt denn die Trading-Psychologie zum Thema Overtrading? Und was sind Auslöser von Overtrading? Ein bisschen haben wir darüber ja auch schon gesprochen. Die Trading-Psychologie ist der wissenschaftliche Ansatz beim Versuch, psychologische Vorgänge von Tradern zu erkennen, zu beschreiben und Maßnahmen zu entwickeln, negativen Verhaltensweisen im Trading entgegenzuwirken. Zum Thema Overtrading findet man in der Trading-Psychologie sehr viele Ansätze, von denen ich dir hier einfach mal ein paar Elementare aufzeigen möchte. Um einen Umgang mit dem Thema Overtrading zu finden, ist es erstmal elementar zu verstehen, dass es nicht nur darum geht, die Märkte, sondern vor allen Dingen sich selber zu verstehen. Unsere Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen haben direkte Auswirkungen auf unsere Handelsentscheidung. Einer der größten Trigger für Overtrading ist die Angst, eine Gelegenheit zu verpassen. Dieses Gefühl, vielleicht kennst du es auch als FOMO, Fear of Missing Out, kann dazu führen, dass du als Trader voreilig handelst, ohne deine Strategie zu berücksichtigen. Ein weiterer emotionaler Auslöser ist die Reaktion auf Verluste, das sogenannte Revanche-Trading. Viele Trader versuchen dabei, ihre Verluste schnell auszugleichen, was oft zu überhasteten und schlecht durchdachten Trades führt. Die Emotionen Stress bzw. Angst und auch Gier sind ebenfalls zwei wichtige Faktoren, die zu Overtrading führen können. Stress, sei es durch finanziellen Druck oder durch die Volatilität des Marktes verursacht, kann zu impulsiven Entscheidungen führen. Gier kann dich dazu verleiten, unnötig hohe Risiken einzugehen, in der Hoffnung auf schnelle und große Gewinne. Beide Emotionen sind sehr, sehr mächtig und können deine Fähigkeit als Trader stark beeinträchtigen, eben rational und gemäß deiner Handelsstrategie zu agieren. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt an möglichen Auslösern und du siehst, dass diese sehr vielfältig sein können. Um Overtrading wirklich aufzulösen, muss man sich immer die individuelle Situation des Traders anschauen. So ein 0815-Standardprogramm zum Auflösen des Problems kann es aufgrund der Individualität von uns als Menschen niemals geben. Was allerdings klar ersichtlich ist, es geht beim Thema Overtrading immer auch um Emotionen. Zur Veranschaulichung habe ich dir jetzt noch ein kleines Beispiel mitgebracht. Stell dir vor, Overtrading im Aktienmarkt ist wie die Fahrt mit einem Auto auf einer kurvenreichen Bergstraße. Du bist der Fahrer von diesem Auto, dein Tradingkonto ist das Fahrzeug und die Finanzmärkte sind die unberechenbaren Straßen. Wenn du das erste Mal auf dieser Straße fährst, spürst du die Aufregung. Das Gaspedal zu drücken, gibt dir so ein Gefühl von Macht und Power, Geschwindigkeit. Aber je schneller du fährst, desto schwieriger wird es, die Kurven zu meistern. Anfangs mag es vielleicht noch so ein bisschen aufregend sein, doch bald wird es verdammt gefährlich. Dieses rücksichtslose Fahren ist vergleichbar mit Overtrading, dem häufigen, unüberlegten Eingehen von Trades, angetrieben durch die Aufregung und Hoffnung auf den schnellen Gewinn, der bestimmt nach der nächsten Kurve kommt. Und jeder erfahrene Fahrer weiß, dass es auf den Straßen eben nicht um Geschwindigkeit, sondern vor allem um Kontrolle geht. Es geht darum, die Straße zu kennen, die Geschwindigkeit anzupassen und auf unvorhersehbare Ereignisse richtig zu reagieren. Im Trading bedeutet das, deine Emotionen zu kontrollieren, eine durchdachte Strategie zu verfolgen und vor allem auch geduldig zu sein und auf seine Chance zu warten. Stell dir eine Situation vor, in der du vielleicht zu schnell in eine Kurve gefahren bist und beinahe die Kontrolle verloren hättest. Das entspricht den Momenten im Trading, in denen du aus Gier oder Angst gehandelt hast, anstatt auf deine Strategie und Analyse zu vertrauen. Jedes Mal, wenn du die Kontrolle verlierst, riskierst du nicht nur dein Fahrzeug, also dein Trading-Konto, sondern auch deine Sicherheit und Zukunft als Trader. Das Geheimnis eines guten Fahrers, genau wie das eines guten Traders, liegt in der Selbstbeherrschung. Es geht darum, die Route zu verstehen, das Wetter oder in deinem Fall die Charts zu lesen und entsprechend zu handeln. Das bedeutet auch, zu wissen, wann du eine Pause einlegen musst, um dich zu erholen und die Fahrt bzw. dein Trading mit erneutem Fokus und neuer Energie vorzusetzen. Indem du es schaffst, Overtrading zu vermeiden, wählst du den sicheren, kontrollierten Weg auf deiner Reise durch die Finanzmärkte. Du wirst vielleicht nicht immer der Schnellste sein, aber du wirst weiterhin sicher fahren und letztlich dein Ziel erreichen. Finanzielle Unabhängigkeit und Erfolg im Trading. Und die, die auf diesem Weg vielleicht mehr Geschwindigkeit haben und an dir vorbeisausen, die werden mindestens genauso schnell aus der Kurve fliegen und spätestens dann hast du sie wieder überholt. Nachdem jetzt klar ist, dass Overtrading auf jeden Fall vermieden werden sollte, habe ich natürlich, wie fast immer, ein paar konkrete Handelsansätze für dich. Tiefgreifendere Details dazu gibt es zwar bei mir im Coaching, aber mit den hier aufgeführten Punkten kannst du auf jeden Fall schon sehr, sehr viel erreichen. Eine der effektivsten Maßnahmen ist, ich will schon fast sagen mal wieder, ist das Setzen klarer Handelsziele und Grenzen. Es ist wesentlich im Voraus festzulegen, wie viele Trades du pro Tag, pro Woche oder pro Monat tätigen willst und welche maximale Risikogrenze pro Trade für dich noch akzeptabel ist. Diese Vorgaben helfen dir, diszipliniert zu bleiben und nicht von deinem Plan abzuweichen, selbst wenn der Markt noch so verlockende Gelegenheiten bietet, die halt nicht so ganz deinem Setup entsprechen. Ein weiteres wichtiges Werkzeug ist dein Trading Journal. Hier dokumentierst du jeden deiner Trades inklusive der Strategie, die du verfolgt hast, deine Einstiegs- und Ausstiegspunkte und natürlich auch dein Ergebnis. Aber ein Trading Journal ist mehr als nur die Aufzeichnung deiner Transaktion. Es sollte auch deine Gedanken und Gefühle für jeden Trade enthalten. Das hilft dir, Muster in deinem Verhalten zu erkennen und zu verstehen, deine Emotionen, deine Entscheidungen beeinflussen. Und als dritten Punkt möchte ich dir die emotionale Selbstregulierung mit auf den Weg geben. Es ist tatsächlich entscheidend, dass du lernst, deine Emotionen zu kontrollieren, nicht zu unterdrücken und halt nicht zuzulassen, dass Stress, Gier und Angst deine Handelsentscheidungen beeinflussen. Techniken wie Achtsamkeitstraining, Meditation und auch das Einhalten von Pausen können dabei helfen, einen klaren Kopf zu bewahren und emotionale Stabilität im Trading zu gewährleisten. Eine ganz wichtige Mindset-Änderung zur Vermeidung von Overtrading, die auch auf deine emotionale Befindlichkeit Einfluss hat, ist schlichtweg die Akzeptanz, dass nicht jeden Tag gehandelt werden muss. Es ist besser, auf qualitativ hochwertige Setups und Handelsmöglichkeiten zu warten, anstatt ständig am Markt aktiv zu sein. Diese Geduld und Disziplin zu entwickeln, ist entscheidend für langfristigen Erfolg im Trading. Also die Kombination aus soliden Handelsstrategien und praktischen Techniken für dein Mindset ist der Schlüssel zur Vermeidung von Overtrading. Und jetzt würde ich sagen, fassen wir nochmal das Wichtigste aus diesem Beitrag zusammen. In diesem Video haben wir das Thema Overtrading relativ umfassend durchleuchtet. Overtrading ist ein verbreitetes Problem im Trading, das durch emotionale Entscheidungen und mangelnde Disziplin gekennzeichnet ist. Wir haben mit der Definition von Overtrading begonnen und erklärt, warum es für Trader problematisch ist, einschließlich seiner typischen Anzeichen. Anschließend sind wir in die psychologischen Aspekte eingetaucht und haben uns dabei insbesondere in die Rolle der Trading-Psychologie und auch emotionale Trigger wie Stress und Gier angeschaut. Abschließend habe ich dir strategische Ansätze zur Vermeidung von Overtrading wie das Setzen klarer Handelsziele, die Bedeutung des Führen eines Trading-Journals und die Wichtigkeit der emotionalen Selbstregulierung aufgezeigt. Und wenn du jetzt Lust hast, einen ersten oder vielleicht ja auch schon weiteren Schritt in Richtung profitables Trading-Mindset zu gehen, dann findest du auf meiner Website mindset-trader.de einen qualitativ sehr hochwertigen Free-Content in Form der kostenfreien 5-Tage-Trading-Mindset-Challenge. Diese Challenge hilft dir, deine ersten Hürden erfolgreich zu meistern. Du kannst mich über die Website natürlich auch sehr gern kontaktieren, wenn du dich mit mir über die Themen Trading-Psychologie und Trading-Mindset austauschen möchtest und dir Begleitung auf deinem Weg wünscht. Und jetzt wünsche ich dir, wie immer, eine entspannte Handelswoche. Halt dich an deinem Trading-Set ab und vor allem trade your mindset. ! !